was geht ihr klein ficker alles klar alles klar alles fit im schritt fresher odi auf jeden digga ist die facecam wieder asynchron warte ja moment so jetzt aber wie ist das lied am anfang haben das tut mir jetzt leidiger wenn ich da so ein bisschen hart jetzt zu dir aber wer lesen kann ist klar im vorteil der titel stand drei minuten lang links oben in der ecke und wenn du nicht fähig bist dass aus diesem loading screen rauszunehmen kann ich dir auch leider nicht verraten wie das lied heißt weil du wirst es ja sowieso dann angeht anscheinend nicht merken können stabile server da gehen auch mal die grüße raus cool dass ich das m-duell verliere weil es einfach leckt also ah ja ah ja danke für diese sagenhafte connection digga ein selektor noch raus aus der lobby wie konnte er mich das war ja satz wirklich das war wohl nächste er wollte mich so anzünden und hat einfach nicht mal ein mit dem flammenwerfer bruder muss los sagt er oh mann ey was ist das für ein spawn frechheit frechheit digga ich weiß er kommt ich preamp schon um die ecke treff ihn und in dem moment fickt er mich dann frechheit dass der nicht verreckt der alte fotzenschlecker leckerlich vier morgen raus heute noch fifa da habe ich nicht so einen bock drauf mein jung so während die lobby hier wieder eine halbe stunde braucht können wir uns noch mal ein paar kommentare durchlesen du kannst doch nicht in der wohnung rauchen kann ich ja like oder dislike mein neuestes video das gibt man das mit dem emm üben wir aber noch mal du bist ein du bist ein wahrscheinlich genug johann hitmarker ja post mahlzeit digga einfach die schaufel über kopf gehauen mit eurem youtube kanal darauf gehen einfach hier so zack gemutet starten und im hintergrund laufen lassen so mache ich das jetzt könnt ihr gerne mitmachen ist ja kein betrug oder so kommst du in die top 5 bei trends machst du nächsten zwölfer okay ist ein deal wenn wir mit dem video top also auf platz 5 der trends kommen mache ich einen zwölf stunden stream okay machen wir so ist wäre ein deal für mich das ist ein deal freunde ach so wartet mal ich habe noch einen kleinen trick 17 hehehehe nochmal kurz trick 17 wartet internet explorer da kann ich nämlich nichts zack 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 montana black youtube aha hier hier zack zack schön erstmal die werbung noch saum digga oh ja kauf ich mir sofort muss sogar sagen korrekt dass das von meinen videos läuft die getränke sind wirklich köstlich digga so schleife easy du kleiner dreckiger eselficker richtig die camper mist male das würde ich mal gerne sehen digga wo ist mein ding was ich da hingelegt habe da ist es warum ist er dann nicht gestorben oder angehittet gewesen könnt ihr mir das mal logisch bitte einmal kurz erklären live stream chat wäre ich euch sehr verbunden für tf guck mal guck mal wie schnell wie schnell bin ich bei dem down digga ich habe nicht ansatzweise die chance den zweikampf zu gewinnen wo komm gib mir was geiles bruder oh 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 geil digga oi geil ja geil digga nice robinetix robinetix ist mit zwei euro dabei für die rente ist ja nicht mehr lange kapper wow alter ich habe schon aufgehört zu schießen du scheiß game er ist da schon wieder gespawnt man ich werde also meistens verreck ich nur noch wenn ich von hinten abgeknallt werde fuck ab ja moin er hätte die fresse nicht so groß aufmachen sollen bruder muss los den kill nehme ich so hin wieder von hinten bruder das meine ich jetzt bin ich vier fünfmal hintereinander gestorben und sterbe jetzt die ganze zeit merkt ihr das? merkt ihr das? jetzt kriege ich EIN TOD nach dem anderen von dem scheiß fick dich fuck you oh man oh ja jawoll er ist noch gestorben oder? ahja guter spawnspiel was für ein spawn digga was für ein spawn guckt euch diesen spawn an digga guckt euch diesen spawn an den spawnen direkt wow wow alter spawnflip oh man ey 20 punkte äh vor äh Fallscherbenspasten man den hab ich auch noch gut angeknackst also warte ich hab das mikro etwas dichter jetzt ran gemacht ihr solltet mich jetzt viel besser hören eigentlich ja wahrscheinlich ja hört man mich ein bisschen besser perfekt geh mal ganz nah ran du meinst so nah ja gefällt dir das fährst du dir jetzt gerade mit deiner rechten hand an dein steifen hm willst du ihn am liebsten jetzt auspacken aber bist du nicht sicher um mama nochmal hochkommt um zu gucken ob du auch die hausaufgaben gemacht hast ne jetzt mal ernsthaft hört man mich besser live stream ich hoffe man hört mich ein bisschen besser ne wir haben schon viele gesagt dass ich eine gute radio stimme hätte äh so freunde heute wieder neue runde neues look heute als aller erstes ne runde äh welche musik hören wir denn heute ja morgen muss los nasen heute in der runde john bon jovi danach hören wir noch einen freshen track von system of the dawn und da noch der all time klassiker iron maiden vorher gibt es aber noch mal ein paar clips ne runde www wir sehen uns gleich wieder in alter frische ruft kostenlos 100 auch klein an 0800 leck mir die rosette wund 900 bin jaut ist zweimal dabei was machen zwei wütende schafe sie kriegen sich in die wolle oh man livestream halt auf mit solchen idiotenwitzen bitte was ist das hier dicker oh was machen die denn wieder da oh dicker was machst du denn da kopf 93 oh mein gott digga kein wunder dass wir die runde verlieren mein gott ist er dämlich tot in 3 2 1 bruder enttäuscht mich nicht danke neue runde neues glück freunde besser ist das wie unlogisch war das bitte egal ist das schöne was die gegner zum teil schuppen finde ich wie gesagt hatte ich ja schon gesagt frech lauf in die tote und ist doch scheiß egal ob du verreckst oder nicht wir brauchen die münzen die münzen das ist das wichtige finde die gegner sollten die teammates sollten hier gebannt werden digga für eine dreiviertel stunde digga hat das jetzt nicht als sieg gezählt oder was also wir haben gewonnen team deathmatch war domination drei siege kill confirmed vier siege fünf siege müssen wir jetzt haben fünf siege warum ich angefressen bin weil ich gerade einer der geilsten intensivsten runden meines lebens hatte so gefühlt und ein disconnect hatte digga und die runde nicht gezählt hat deswegen hat sich gelohnt kapper mein headset ist im übrigen kaputt vom ausraster eben geht die musik nicht mehr lauter feels bad mega song auf jeden digga lobby lädt nicht fliegt raus hallo schöner ladebildschirm muss man mal sagen moin call of duty ladebildschirm ist da ahja ahja wäre mir jetzt alleine nicht aufgefallen danke nochmal für das bescheid sagen ja grüße gehen raus an vodafone mehr sage ich dazu nicht live stream das ist halt ok muss los der schießt wie ein hurensohn digga wo ist los bruder sagt er ja wir haben verloren ne wenn wir bringen nur jetzt keiner weiß wir haben wieder verloren für neuen versuch feindlicher artilleriebeschuss in deckung wir haben gute menschen ich hab keinen bau mehr ich bin raus für heute freunde ich hab keine lust mehr ich hab wirklich keine lust mehr tut mir leid aber hab keine lust mehr ganz einfache sache digga und wenn ich keine lust mehr hab dann geh ich offline also lasst euch gut gehen ich hab keinen bau mehr wünsche euch einen schönen abend morgen streamen wahrscheinlich nicht weil vodafone sagt internet ist zu scheiße also ich wünsche euch einen schönen abend gute nacht also lasst euch gut gehen ciao ciao bis zum nächsten Mal